Und damit herzlich willkommen zurück zu Earth 2150. Ich lasse jetzt ein paar Tage vergehen und ich hoffe, wir kriegen da irgendwie eine Nachricht. Wenn nicht, also ja, wegen Wetter und so. Ansonsten kommt jetzt danach Peru die allerletzte Mission für uns, weil ich sage, okay, wenn danach nach Peru noch was kommt, werden die Missionen nicht mehr an. Ich schicke meine restlichen Ressourcen hoch und wir schießen die die Kampagne ab mit Peru. Okay, Tag 21, es ist ein Zwölfter vergangen. Ich, eine Stunde ist jetzt für mich vergangen. Boah, das dauert, das dauert echt ewig, wenn man will, dass die Zeit vergeht. Okay, wir machen, also es kam auch nichts. Es kam wirklich nichts hier. Ich kann auch nochmal Videos, selbst ist immer noch der Mi-200 an. Also, von daher fliegen wir nach Peru. Rohstoffe auf UCS-Territorium fördern. Feinde, Streitkraft der UCS und der AC. Das Exodus-Projekt geht mit großen Schritten der Fertigstellung entgegen. Sorgen Sie dafür, sorgen Sie für die Versendung einiger Rohstoffe aus Peru. Neue Boden, die Trenze lokalisiert. Sofort, wow, wir haben mal was am Anfang. Sogar Einheiten. Die, ich hab gehört, so freiwilligen Kommando, äh, an die jeweiligen Ecken der Maps. Hab ich gehört, so freiwillig. Also, ich kann nichts garantieren, sagen wir es mal so. So, Miner. Machen wir zwei Minen. Und mehr Raffinerie. Und noch ein Kraftwerk in der Nähe. Dann zwei Gebäude. Komm. Sieht das schön aus mit vier. Dann vielleicht noch euch und euch. So, und dann nochmal Strom. Ich weiß, ist gerade richtig viel Geld. Aber ist ja nicht so, als wäre dann keine 5000 drin. Und sag mir, was ich machen muss. Guten Tag, Kommandant. Exodus 1 steht kurz vor der Veränderung. Alles, was wir noch brauchen, sind läppige 90.000. Okay, das wird anscheinend wirklich nur das, was noch fehlt. Selbstverständlich sollten Sie sich Zeit nehmen, die UCS vollständig zu besiegen. Auch auf die Damen von der Lunar Corporation sollten Sie ein waches Auge haben. Waches? Ja, es ist ein Auge. Es tut mir leid, ich bin gerade eingeschlafen. Also, man sollte wach dabei sein, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Wir sehen uns beim Start in Baikanua. Wo auch immer Baikanua ist. Das klingt echt nach Final, muss ich sagen, aber... Hm. Chip, Chip. Du... Dich behalte ich. Mist. Wie Mist. Ah, da unten. Okay. Da unten ist also die UCS. Transporter ist angekommen. Transporter angekommen, dann entlade mal bitte. Alles, was du hast. Und all deine wertvolle Fracht. Zeig uns meine... Meine Hans. Ah, schön. 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 Mist. Einheit verloren. Und da oben ist die LC, okay. Scheint oben rechts aber dann nicht zu sein. Auf den Weg. Ne. Was jetzt? Außer ganz schön... Okay. Lava, lava. Lava, lava. Nicht Lava, lava, sondern Lava, lava. Weil hier so viel Lava ist. Deswegen vielleicht. Ja. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. So. Speichern wir mal kurz. Und dann kann ich mit euch auch noch ein bisschen erkunden. Neue Bodenschätze lokalisieren. Wo? Ah, da. Cool. Dann fliegt mal hin und verteidigt. Neue Bodenschätze lokalisieren. Uff. Okay. Okay. Das ist einiges an Rohstoffe. Damit habe ich nicht gerechnet. Heilige Scheiße. Fliegst du auch bitte rein? Dankeschön. Dankeschön. So. Dann... Dich brauche ich nicht. Tut mir leid. Alter. Durch die ganzen Miss... Ich habe die nie gebaut. Alles durch diese... Alles durch diese Mission. Ist echt krass. Mal zur Mission. Ja. Äh. Produktion eingelaufen. Wenn ich zwei von euch mache, damit ich... Geld kriege? Machen wir vier. Vier ist besser als zwei. Weil wenn ich da oben abbaue, dann... Ne? Versteht ihr? Und mal bitte... Entladen. Jawohl. So. Gib mir Geld. Natürlich. Das sind 64.500 Euro draußen. Okay. Das ist ne Menge. So. Und du kannst dann auf Endlos gehen und dorthin. Produktion angelaufen. Jawohl. Und du machst... Wie ich sie wünschen, Kommandant. Dann kann ich die... Hier nämlich auch stellen. Produktion unterbrochen. Uh. Na mal bitte. Wieder zur Basis. Produktion eingelaufen. Das sind echt... Echt viele, ne? Okay. Araschur. So. Fertig. Ich will euch nicht. Es war schön, dass ihr gedealt habt. Aber euch will ich echt nicht. Stand bei. Araschur. Araschur. Ach, ich mache euch auf Steuerung 2. Mit euch greife ich an. Araschur. Ach, ich hasse das. Checkpoint GZ. Scheiße. Einheit von GZ. Achso. Irrelevant. Aber nicht von hier aus. Achso. Aber euch... Ihr werdet nicht irrelevant. Zur Mission. Okay. So, die, die zwei, die sind irrelevant. Gib deshalb nicht genug. Ihr könnt hier... Für immer dort bleiben. Nein, 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 nein. Warum auch immer du dort so gefährlich lebst. Eidu, Eidu. Vielleicht sollte ich ein paar mehr davon bauen. Ah. Transporter ist angekündigt. Selbstverständlich. Ja, genau. Zwei kann ich noch behalten. Lande mal. Tut mir dein... Tut mir die Ohren auch nicht weh. Das ist sehr freundlich. So, wie von hier aus können sie langsam zerstören. Und hier... Versuchen anscheinend... Irgendwas... ...hintlang zu kommen. Aber ich versuche nichts zu bauen. Sagen wir dir da nichts bauen, ist das auch gut. Entladen. Weil ich habe gehört... ...Raketen müssen nachladen werden. Und nachladende Raketen... ...und nachladende Raketen... ...und nachladende Raketen... ...aua. Selbstverständlich. Das ist los. Ja. Schön, dass der genau darauf geht. Verdammt. So, dann geht ihr mal bis... Aber wenn ich euch da einstelle, das ist... Okay. Soll das gut sein. Zack. Und du hier hin. Ja, ich verstehe schon. Ich verstehe schon, keine Sorge. Ich helfe dir mal. Ihr habt ja auch einen Spaß beim... Okay. Alter. Alter. Dass er mit 18 HP überlebt hat. So. Äh... Endlos. Endlos. Sehr schön. Werde ich repariert? Sehr schön. Kodieresignal. Kodieresignal. Bericht. I du, i du. So. Oh. 12 HP war klar. Der Beut steht unter... ...wahrsatzlich angegriffen. Ach. Scheiß Schall... Die Maschinen raus. Die Maschinen raus! Die Maschinen raus! Feinden Siegt. Einheit verloren. Ja, okay. Vielfalt. Wir werden in die Maschinen kommen. Geh'n. Das ist in Ordnung. Weil die können ja... ...reparieren. Roger! Scheint aber kein Geld mehr zu haben, oder? Nee, Geld haben sie noch. Sonst... Sonst... Das Gebäude war ja... ...vorher in den Bau. Nicht das da oben. Aber das ist jetzt doch Schrott. Das ist Geld weg. Zwar nicht alles, aber... ... ein größter Teil. Das ist so viel, wie es... ...bis dahin ausgeben wurde. Beide. Das macht das schön. Das ist doch ne schöne... ...ääh... ...Endmission. Mit richtig viel Platz. Warte mal da. Huch. Wieso lebst du? Das geht ja mal gar nicht. Hallo? Freiwilligen vor. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Das Gebäude steht unter Basis. Wir sind angegriffen. Das war freiwillig genug. Hoffentlich. Hey. Hey. Da, da bauen sie ab, okay. Feuer im Maschinenraum. Roger. Idu, Idu. Es geht nicht. Ihr und euer Feuer. Das ist unglaublich. Guck mal, ich kann euch einfach hier entstellen... ... und dann könnt ihr die ganze Zeit abschießen. Ah. Ah. Nett. Nein, nein, nein. Nicht zu weit. Nein. Ich doch nicht. Da. Das kannst du angreifen. Wenn du den Spaß dran hast. Die sind immer noch. Okay. Ja, einer hat verloren. Ist ja nicht so, als würde ich hier keine produzieren. Ich schicke euch mal hier hin. So. Wo ist eigentlich mein... Da. Ja, jawohl, Kommandant. Das ist mein Laser-Einheit. Ich hab ne Idee. Äh. Zack. Paketen. Wenn die dann nämlich kommen mit den Schaldeinheiten... ... ist das echt gut, wenn ich mit denen das antworte. Äh. Ja, ihr auch. Zack. Ah. Es gibt in TMP auch so einen kleinen, äh, Tastenkürzel. Hier oben. Glaube ich war das alle. Dass man alle Gebäude mit Schilden ausrüstet. Soweit das Geld das zulässt. Das gibt's hier nicht. Das ist mir gerade aufgefallen. Stand bei. Wieso fliegt ihr so weit nach... Feuermaschinenraum. Erwartete Befehle. Der Rief. Der Rief ist in den Schilden. Roger. Du musst erst die Gebäude hier zerstören. Ziel erfasst. Das Gebäude. Und das kann auch mal weg. Er hat's gerade geschossen. Und das auch. Ja, ich... War mir klar, dass da was kommt. Ich hab's gesehen. Ah. Wo sind hier noch... Raketen? Aber ich seh' keiner. Das ist das Problem. Ah. So. Ihr werdet immer neu hergestellt. Dann fliegt man da runter. Der hat keinen Strom mehr. Das ist immer daran, dass er sich diese Position nicht mehr zurücksetzt. Das ist doch schön. Du da unten. Du kreist mich an. Du stirbst. Du hast Arschkater. So. Ich werde dich mal hier hin. Die Einheit also. Die Einheit. Zwei. Oh Gott. Ja. Ja. Können wundern, dass ich was verliere. Das ist doch so hochrangige Einheitenverlierer, aber... Das ist nun mal so. Jetzt. Roger. Und du, und du. Ah. Nun wie diese scheiß... Gegnerischen Einheiten. Mich da so ein bisschen fertig machen. Da sind sie. Letztes E-Tag. Von daher sollte ich die dann auch eher sehen. Roger. Hier hin. Hier hin, bitte. Dankeschön. Produktion und Produktion. Könnt erstmal das hier in der Nähe zerstören. Produktion und Verlauf. Ah, genau. So könnt ihr das machen. Ah, diese kleinen Einheiten. Angreie. Scheiß Reparatureinheiten. Ja. Schade. Nächstes Mal vielleicht. Es werden immer weniger verdienen. Das ist das Schöne. Haben die LC schon keine Ressourcen mehr, oder warum kommt von denen nichts? Okay, da waren Angriffe irgendwann mal. Erwarte Befälle. Ah. Ah. Wäre schon krass. Checkpoint ist weg. Was? Never mind dann. Never mind. Ich bin getroffen. Da kommt der gerade einfach. Von dem ich geredet habe. Irgendwie... Scheinen die nicht zu treffen. Weil die nicht hoch angreifen, sondern einfach nur geradeaus. Alles klar. Jawohl. Äh. Uff. Lol. Tschüss. Kleine Einheit. Feind im Sieg. Schafft ihr das jetzt mal? Ihr seid zu... Befälle. Befälle. Oh, einer ist mal schlau gewesen. Normalerweise will ich nicht, dass die kleinen Einheit angegriffen werden, sondern nur die großen. Aber wenn es genau so eine Situation ist... Befälle. 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 Komm, bleib mal die anderen hervor. Ach, schön. Befälle. 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 Repertoereinheiten. Bitte mal. Danke schön. Roger, Kommandant. Türe. Das war nicht schön. Der Befaltire hat gesetzt. Komm. Zerstört doch mal hier. Einfach das hier. Wenn ihr gerade schon hier seid. Guck, 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 guck. Und du, und du! Du kannst nicht zerstören. Jetzt könntest du es schaffen, den zu zerstören. Du bist unter dem Schuss. Die Bodenschätze sind aus. Ich sag nicht so, als könnte ich hier nicht massiv irgendwas bauen. Keine Ahnung. Alter. Es ist echt verdammt viel. Mit verdammt viel meine ich wirklich verdammt viel. Zwei. Drei. Da passen vier nebeneinander. Alter. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Drei. Ich find, ich war so doof. Ich hab's falsch dazu gedrückt. Da sind sie. Wenig Energie. Selbstverständlich. Weiß ich, ob das klappt. Vier. Gebäute verloren. Äh, eins. Da hinfahren. Wiener. Da hinfahren. Selbstverständlich. Das Radar juckt mich ja nicht. Das Radar juckt mich ja nicht. Das Radar juckt mich wirklich nicht. Das Radar juckt mich wirklich nicht. Ja. Wie wäre es, wenn du ein bisschen schlauer steht und dann versucht das abzuschießen? Verriff. Checkpoint ist erst schnell erfasst. Okay. Nein, 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 nein. Kannst du schon. Lass da bleiben. Runter. So. So könnt ihr doch wunderschön angreifen. Und vielleicht noch das Gebäude. Zerstören. Ah, das da drüben greift noch an. Okay. So, ja. Die UCS sind, ja. Die waren schnell vernichtet. Inner 20 Minuten vorm Spiel. Und wie viele Tage habe ich noch Zeit? 18. So. Ich wusste ganz genau, dass das passiert. So. So. Zack. Selbstverständlich. Zack. Zack. Selbstverständlich. Zack. Ich weiß nicht, wie gut das sein wird. Von daher. Ja, ist ja gut. Ich wollte doch grad bauen. Lass mich doch einfach bauen. Nerv mich nicht. Selbstverständlich. Äh, so. Selbstverständlich. So. Wird schon irgendwie klappen. Selbstverständlich. Hoffentlich. Jetzt zerstört doch das, was euch in die Zange nimmt. Oder ihr seht das natürlich nicht. Da. Oh Gott. So sehen das noch. So ist das noch eingeloggt. Interessant. So. Der weiß doch ganz genau, wo das... Normalerweise ist es ja so, dass die KI von Gegnern so dermaßen krass ist, dass sie halt eben ganz genau weiß, wo was ist von uns. Also, dass wir das hier genauso machen können. Also, dass unsere KI von unseren Flugeinheiten so schlau ist. So. So. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Sieben, acht. Neun, zehn. Elf, zwölf. Passt. Perfekt. Alles sind cool. Ich muss jetzt nur gucken wegen dem ganzen Strom. Das wird nicht genug Strom und jetzt... Produktion angeschlossen. Ja. Produktion angeschlossen. Produktion angeschlossen. Was? Ich müsste... Selbstverständlich. So reichen. So halt doch. Ja, ja. Produktion angeschlossen. Produktion angelaufen. Oh. Roger! Na dann. Flieg mal... hier hin. Und zerstört mal. Produktion abgeschlossen. Ich will zerstö... Du, du willst zerstören, nicht ich. Ich, ich... Ich behalte mich hier. Was ist los? Ähm... Natürlich. Okay. Feind in Sicht. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten... Folge. Die dann die finale Folge von der ID-Kampagne sein wird. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Ciao. chau. noch... noch... или... bis jetzt. Ich kann restart, manchmal tenerчuu... söнь parallel, check. C panelists dich zu ver...